Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne fünf unterschiedliche Plattformen vorstellen, auf denen ihr eure Audiobücher verkaufen könnt. Ich denke, einige von euch werden sicherlich sagen, ich habe bisher keine Audiobücher, wie soll ich mit Audiobüchern Geld verdienen? Ich werde dir gleich nochmal ein paar Tipps zu geben und vor allen Dingen, wie du aus dem bisherigen Business vielleicht ein Audiobook-Business machen kannst. Aber mehr dazu gibt es gleich nach dem Intro. Ich denke, die meisten von euch haben jetzt sicherlich nicht den Plan, ein Hörbuch-Business aufzubauen. Bloß vielleicht kann ich euch das Hörbuch-Business mit diesem Video hier ein wenig schmackhafter machen, weil ihr, ich denke mal, einige von euch grundsätzlich die Dinge vorliegen habt, die ihr braucht, um so ein Business aufzubauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit Hörbüchern erst vor wirklich kurzer Zeit startete. Ich probiere jetzt derzeit mit den ersten Plattformen rum. Ich verdiene damit noch keine horrenden Summen. Ich werde euch das mit euch teilen, wenn ich auch mal horrende Summen verdiene. Derzeit ist es noch nicht so. Bloß, es ist sehr viel einfacher, als man sich es vorstellt, überhaupt erst zu starten. Nochmal, ich brande mich hier nicht als Hörbuch-Experte. Bloß, ich weiß zumindest, auf welchen Plattformen man Geld verdienen kann und vor allen Dingen, was man tun muss, um auf diesen Plattformen erstmal starten zu können. Zuallererst sei schon mal Folgendes gesagt. Ich glaube, viele von euch haben nicht nur das Zeug dazu, ein Hörbuch aufzunehmen, sondern ihr habt auch das Material, um ein Hörbuch aufzunehmen. Zum Beispiel, was ihr machen könnt, nehmen wir mal an, ihr habt ein Kindle-Business. Ihr habt also eure Bücher auf Amazon-Kindle drauf. Und ich weiß, dass relativ viele von euch ein Kindle-Business haben. Nämlich, ich habe bestimmt schon 10 oder 20 Kommentare hier auf diesem Kanal von Leuten erhalten, die gesagt haben, ich habe mein eigenes Kindle-Business aufgebaut, dank deiner Videos. Und ich denke, vielleicht gibt es auch noch eine relativ große Grauzone an Leuten, die es bisher vielleicht noch nicht gesagt haben in der Kommentarsektion. Also, ich hoffe, dass vielleicht ein paar Dutzend von euch bereits ein Kindle-Business haben. Und ihr könnt natürlich eure Bücher nehmen, die einfach ausdrucken oder halt am Computer vorlesen oder tun und lassen, was ihr möchtet. Bloß, es geht einfach nur darum, dass ihr halt einen fertigen Text habt, den ihr dann einfach nur noch vorliest. Zum Beispiel, das ist hier ein Buch, das ich derzeit mit einem Klienten am Schreiben bin und dieses Buch hier haben wir jetzt komplett fertig. Dieses Buch haben wir in Deutsch und in Englisch fertig. Das heißt, wir können jederzeit uns jetzt dieses Buch hier hinlegen, ausdrucken und das schön vor unserem Mikrofon vorlesen und daraus halt ein Hörbuch machen. Das wäre eine relativ einfache Geschichte. Wir könnten dann diese Hörbücher nehmen und zum Beispiel auf Plattformen publizieren, wie ACX oder zum Beispiel FIRE oder zum Beispiel CINCI oder zum Beispiel Authors Republic oder zum Beispiel Findaway Voices. Das sind halt die fünf Major Players in diesem Bereich. Das Problem ist bloß, dass du halt bei ACX eigentlich einen amerikanischen Business Partner brauchst oder halt über die Firma Reship praktisch deine Einnahmen weiter schicken lassen musst. Du kannst bei FIRE jederzeit dich anmelden. Das ist, soweit ich weiß, sogar eine deutsche Plattform, wo du also jederzeit auch deine deutschen Hörbücher publizieren kannst. Dasselbe gilt übrigens auch bei CINCI. Dort kannst du auch jederzeit deine Hörbücher, deine deutschen Hörbücher publizieren. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt, so wie ich, viele englische Hörbücher machen. Deutsche Hörbücher reichen komplett aus. Und wenn du tatsächlich aber eines Tages mal englische Hörbücher erstellst oder erstellen lässt, kannst du diese jederzeit über Authors Republic oder zum Beispiel die Plattform Findaway Voices publizieren. Übrigens, und ich glaube, das ist hier noch das ganz Schöne, nämlich, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe jetzt zum Beispiel Bücher vorliegen. Ich habe vielleicht ein Kindle-Business mir aufgebaut und ich habe zehn Bücher und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die umwandle in ein Hörbuch. Ich möchte aber dennoch diese Bücher publizieren, zum Beispiel über Plattformen wie CINCI, wie FIRE. Und ich würde sie ganz gerne auch auf Englisch aufnehmen, wie zum Beispiel, ja, also damit du halt nochmal deine Einnahmekelle aufbauen kannst, über Authors Republic oder Findaway Voices. Aber möglicherweise kannst du nicht besonders gut Englisch oder du weißt nicht, wie viele Wörter ausgesprochen werden. Dann kannst du Folgendes machen, nämlich, du kannst einfach auf Findaway Voices gehen und kannst dann auf, genau, Creating Audiobooks hier oben gehen und da kannst du Leute anstellen, die für dich das Audiobuch aufnehmen. Hier haben wir übrigens auch das Pricing, nämlich, wie teuer ist das Ganze? Sie nehmen hier Number of Words in your Manuscript 50.000. Ich gehe mir davon aus, dass die meisten von euch jetzt eher Kindle-Bücher schreiben mit irgendwas zwischen 15.000 bis 20.000 Wörter, dann pro Stunde würde das hier in diesem Falle 250 Dollar kosten, was doch relativ günstig ist und das heißt, für zum Beispiel so einen langen Text würdest du praktisch 1.350 bis 1.650 Dollar ausgeben. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt nur ein 10.000 Wörter langes Buch haben, dann würdest du ja praktisch das geteilt durch 5 rechnen können, das heißt, wir wären hier ungefähr bei, sagen wir mal so, 300 Euro im Durchschnitt. Das ist ja 300 Dollar im Durchschnitt. Das heißt, du würdest gerade mal 300 Dollar hier ausgeben, um so ein Buch aufnehmen zu lassen. Das wäre doch, denke ich mal, relativ günstig. Wenn du jetzt natürlich ein 20.000 Wörter langes Buch hast, dann vielleicht sogar mal 600 Dollar oder so, aber es ist, wie gesagt, nicht horrend teuer, ein Hörbuch aufnehmen zu lassen. Du kannst natürlich aber auch jederzeit auf Plattformen gehen, wie zum Beispiel Fiverr oder zum Beispiel Upwork und dort Leute finden, die das Ganze für dich machen. Ich glaube sogar, dass du Leute finden wirst, die das Ganze für weniger Geld machen als 250 Dollar die Stunde. Also hier nochmal, das ist natürlich nicht der Stundenlohn, sondern die, sag ich jetzt mal, beendete Stunde. Das heißt, wenn jetzt eine Stunde Hörbuch aufgenommen wurde, kriegt praktisch der Narrator hier 250 Dollar für. Ich denke, da wirst du Leute finden, die es für noch weniger Geld machen auf zum Beispiel Plattformen wie Fiverr oder zum Beispiel wie Upwork. Aber wenn ihr jetzt sagt, gut, ich habe kein Kindle-Business, ich habe keine Bücher, was könnt ihr dann machen? Ihr könnt beispielsweise auch, wenn ihr Online-Kurse habt, diese Online-Kurse einsehen, zum Beispiel nehmen wir an, hier habt ihr auf Udemy und geht dann hier drüben auf Captions, in Deutsch soll das heißen Untertitel und ihr könnt dann hier jederzeit die Untertitel von den jeweiligen Videos euch herunterladen, beziehungsweise könnt ihr die Untertitel einsehen. Warum genau sage ich euch das Ganze jetzt hier? Nämlich nehmen wir beispielsweise mal an, ihr möchtet jetzt nicht unbedingt ein komplettes Kindle-Buch schreiben. Vielleicht habt ihr noch nicht mal Interesse am Kindle-Buch-Business, ihr braucht aber einen Text, um ein Hörbuch zu erstellen, dann könnt ihr natürlich jederzeit in diese Untertitel reingehen, ihr könnt die ein bisschen umschreiben, sodass sie sich annähernd schön anhören und die müssen auch nicht mal in einer schönen Form sein, ihr müsst sie bloß lesen können, weil es ja wirklich nur um die Audio geht und dann lest ihr diese unterschiedlichen Untertitel vor und macht daraus praktisch ein Hörbuch. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert oder hört sich kompliziert an, aber nicht vergessen, wenn du nur die Untertitel umschreibst, dann hast du ja relativ wenig zu tun, sage ich jetzt mal, es ist ein bisschen was, aber es ist nicht vergleichbar mit einem kompletten Buchschreiben, das Buch publizieren, Cover erstellen lassen, formatieren, Marketing und so weiter und so fort, du brauchst wirklich nur den rohen Text, nichts anderes und dann nimmst du halt diesen rohen Text und liest diesen Text vor. Welche Mikrofone würden sich dafür anbieten? Also zum Beispiel, ich persönlich benutze jetzt gerade das Blue Yeti USB-Mikrofon, ich habe mir das damals neu gekauft für, ich glaube, 120 Euro oder so, du kriegst es aber auch auf Ebay hier für 78 Euro praktisch oder du kannst dir auch dieses Mikrofon hier kaufen, das ist zum Beispiel ein Mikrofon, das ich mir höchst bald kaufen werde, das ist das Rode NT1-A Complete und dieses hier kostet 166 Euro. Das, wie gesagt, werde ich mir höchstwahrscheinlich kaufen, muss aber mal gucken, vielleicht nehme ich mir noch ein besseres Mikrofon, obwohl das hier eigentlich schon von der Qualität her, denke ich, ganz gut ist. Nochmal, ich bin kein Experte auf was Mikrofone angeht, bloß das sind einfach die Mikrofone, wo ich weiß, dass viele Leute damit arbeiten, wenn sie Hörbücher aufnehmen, Blue Yeti ist jetzt nicht unbedingt das typische Mikrofon für Hörbücher, nämlich das Mikrofon, das ich jetzt hier gerade aufnehme, das ist ein Blue Yeti USB-Mikrofon, das ist in Ordnung von der Qualität her, ich würde mir vielleicht aber noch ein besseres Mikrofon kaufen, um Hörbücher aufzunehmen, weil nochmal, der Sound ist in Ordnung, aber es geht definitiv besser. Du kannst natürlich auch nicht nur aus Online-Kursen deine Hörbücher aufnehmen, sondern kannst natürlich auch zum Beispiel YouTube-Videos nehmen, du kannst zum Beispiel einfach auf deine YouTube-Videos draufgehen, falls du YouTube-Videos hast und dann gehst du hier unten auf, wo haben wir es, Untertitel und anschließend dann kannst du hier jede Zeit die Untertitel einsehen, beziehungsweise kannst auch die Untertitel herunterladen. Wir können ja mal im Classic Studio hier diese Untertitel bearbeiten, nämlich du musst sie noch nicht mal herunterladen, du kannst auch einfach diese Untertitel hier wieder vorlesen und dann hast du praktisch ein Audiobuch. Nochmal nicht vergessen, weil viele von euch werden jetzt sicherlich sagen, wieso nehme ich nicht einfach das Video und mache das zu einem Audiobuch, also nehme das Video nur die MP3 und publiziere das als Hörbuch. Die MP3 ist jetzt nicht so dolle. Ihr merkt ja, dass ich mich hier relativ oft mal verspreche, dass ich vielleicht mich nicht so ausdrücken würde, wie als würde ich ein Buch schreiben und dementsprechend ist es halt einfach wichtig, dass du dann die Untertitel umschreibst, dass du die ein bisschen schöner klingen lässt und dann daraus ein Buch machst. Ich denke, das ist eine relativ schnelle Vorgehensweise, wie du Hörbücher produzieren kannst. Vielleicht gibt es auch bessere Möglichkeiten. Sicherlich ist eine bessere Möglichkeit, wenn man schon ein fertiges Buch hat. Das wäre aber zumindest ein Weg, wie du die Produkte, die du bereits hast, in andere Produkte umwandeln könntest. Nochmal, welche Plattformen gibt es in diesem Bereich? Wie gesagt, da gibt es ACX, Fire, Cincy, Authors Republic und Findaway Voices. Authors Republic und Findaway Voices sind mit so die größten Plattformen im weltweiten Markt. Auf ACX kommt ihr höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr so schnell drauf, weil wie gesagt, die derzeit ihre Regeln verschärfen. Du darfst außerhalb von den Vereinigten Staaten dort eigentlich keinen Account erstellen. Es gibt wie gesagt auch ein paar Möglichkeiten drumherum. Ein Tipp, den ich euch nochmal geben kann, ist der folgende, nämlich, wenn ihr beispielsweise jetzt ein Hörbuch aufnehmt und ihr nehmt das Buch auf Deutsch auf, dann publiziert es zum Beispiel über solche Plattformen wie Fire oder Cincy und dann sucht eine Person, die euch das ganze Hörbuch nochmal übersetzt. Das heißt, sucht eine Person, die es euch nochmal auf Englisch aufnimmt, zum Beispiel halt auf Fiverr, auf Upwork oder wo auch immer. Ich würde auch grundsätzlich immer diese mehreren Einkommensströme miteinander verbinden. Das heißt, dass du beispielsweise ein Buch auf Deutsch publizierst, dann lässt du dieses Buch übersetzen und dieses Buch dann zum Beispiel auf Englisch publizierst du auch wieder über Amazon, Kindle oder andere Plattformen und dann nimmst du halt praktisch diese Bücher und lässt die vorlesen beziehungsweise liest sie selbst vor. Nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ein Audiobuch produzierst und das basiert auf dem Text und du machst mit dem Text nichts weiteres, als es für das Audiobuch verwenden, dann denke ich mal, ist das auf jeden Fall eine Geldverschwendung oder eine Zeitverschwendung auch. Es wäre meines Erachtens sinnvoller, wenn du halt wirklich probierst, aus diesem Buch so viele unterschiedliche Produkte wieder irgendwie möglich zu machen. Nämlich, so kannst du halt deine Einnahmen dann im Long-Term optimieren. Bei Authors Republic ist es so, da habe ich jetzt nachgefragt, dass die für uns jegliche Umsatzsteuern abführen. Bitte nagelt mich nicht darauf fest, aber das ist zumindest das, was ich im Support von Authors Republic gehört habe, was ich praktisch als Nachricht zurückbekommen habe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir hier eine Reverse-Charge-Situation haben. Das heißt, die führen für uns die gesamten Umsatzsteuern ab. Wir müssen halt bloß schauen, ob wir einfach eine Reverse-Charge-Rechnung stellen können und dann das hier schön versteuern können. Also ich denke mal, das wird es sein. Bei Finaway Voices denke ich, wird es genau dasselbe sein, aber am besten sprecht noch mal mit eurem Steuerberater, bevor ihr solche Einkommenströme aufbaut. Aber gut, das war es nun heute hier für dieses Tutorial. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtet, dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Nochmals danke, bitte abonniert den Kanal und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Bis zum nächsten Mal.